Bounce! Bounce! Ich fühle mich wie Super Mario! So, wir sind heute bei der inoffiziellen Öffnung vom Superfly in Wiesbaden. Auf einer Fläche von knapp 2500 Quadratmetern kann man sich, darf man sich hier austoben, man soll sich austoben. Was es ist. Ich bin mit meiner Kollegen Julia hier bei dem Gladiatorenkamm. Ich fordere dich heraus. Herausforderung angenommen. So. Ich hab ein paar Jahre Basket beim Verein gespielt. Aber das war schon immer mein Wunsch. Bei dem niedrigen Koch habe ich auch einen Dank hingekriegt. Boah, das Gefühl ist göttlich. Nicht mal im 1,79. Kommt natürlich nicht dran. Boah, Leute. Geil. So. Boah, bei der Möwe. Ich hab mich nicht getraut, aber ich hab's auch gemacht. So. Boah, bei der Möwe. Ich hab mich nicht getraut, aber ich hab's auch gemacht. Ja. Will wieder. Will mehr. Okay. Danke dir. Danke. Danke dir. Bis zum nächsten Mal. So, das war meine fünfte Station. Es gibt hier aber mehr. Ich mache erstmal eine kleine Pause. Ich kann es euch sehr empfehlen. Spaß und Sport in einem und das zu 1000%. Seid dabei. Grüße aus Wiesbaden, Nordenstadt. Ich würde sagen, ich teste dasselbe aus. Ich habe es nicht bereut. Ciao. Vielen Dank.